Das ist Thema für diese Vorträge. Gestern und heute heißt Der Himmel, die Himmel, was die Bibel darüber sagt. Gestern Abend haben wir gesehen, was die Bibel über den materiellen oder die materiellen Himmel sagt. Wczoraj musieliśmy oglądać to, o czym mówi Słowo Boże na temat tego materiellen Himmel, widzialnego Himmel. Jetzt, heute Nachmittag, wollen wir darüber nachdenken, was die Bibel über die nicht materiellen Himmel sagt, den Wun of the Engel. A dzisiaj chcemy się zająć tematem tego niemateriellen Himmel. miejsca, w którym mieszkają Aniołowie. Und nach der Pause jetzt gleich wollen wir darüber nachdenken, was die Bibel über den Himmel, der Himmel sagt, den dritten Himmel. A po przerwie chcemy zająć się tematem nieba, niebios, czy mój Bibel. Gestern Abend haben wir gesehen, dass die Bibel uns im Hebräerbrief ein schönes Beispiel gibt, das zu unterscheiden. Wczoraj musieliśmy oglądać, czy liście Hebrajczyków znajdujemy bardzo w tym przykład, jak możemy to rozumieć dokładnie. Den Bräerbrief spricht über die Stiftze, in der Gott unter den Menschen wohnen wollte. Die Stiftze war von der Wüste durch einen großen weißen Leinenvorhang abgetrennt. A ten Przybytek Boży był ogrodzony putnianym ogrodzeniem. Dieser Vorhang umschloss den Vorhof. On obgradzał ten Przybytek od świata i on wydzielał pewien dziedziniec. Und im Vorhof stand der Brandopferaltar. A na tym dziedzincu stał oltarz całopalny. Wir haben uns daran erinnert, dass dieser Vorbild, Vorhof, ein Bild ist der materiellen Schöpfung. Nie mogliśmy sobie przypomnieć, że ten dziedziniec ist obrazem tego widzialnego, materialnego nieba. Und dass in der materiellen Schöpfung das Kreuz auf Golgatha stand. Na tym materialnym niebie stała ta Krzysztof ta Golgatha, na której umarł Pan Jeb. Wo der Herr Jezus Gott verherlicht hat und uns zu Gott gebracht hat. Tam, gdzie Pan Jezus uwielbił Boga und uns für sich für die Ewigkeit erkauft hat. I tam, gdzie On nas wykupił sobie na własność, na wierzchność. Dann haben wir uns erinnert, dass man in die Hütte hineingehen konnte. Mogliśmy sobie przypominać, że można wejść do środka, do Przybytku. Und da gab es eine vordere Hütte, in der Gott gedient wurde. Und diese vordere Hütte ist ein Bild von dem Himmel, in dem die Engel wohnen. Und da można służyć Bogu. To ist miejsce, w którym mieszkają Aniołowie. Die Engel, die Gott dienen. Aniołowie, którzy służą Bogu. Und von da aus gab es noch einen Weg in die hintere Hütte. Ale z tamtego Miesa można było wejść do drugiej części Przybytku. In das Allerheiligste, wo die Bundeslage stand. Miesa Najświętszego, w którym jeszcze by było, nazywała się Arka Przymierza. Und das ist ein Bild vom Himmel, der Himmel. To ist obraz na niebiosen niebios. Wir wollen jetzt also nachdenken über den zweiten Himmel sozusagen, den Himmel der Engel. Dlatego ziehmy się teraz z tym tak zwanym drugim niebem, niebem, w którym zesuwają Aniołowie. Er gehört mit zu dem, was Gott geschaffen hat. On należy do tego, co Bóg stworzył. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist waren von Ewigkeit her. Und sie haben ewig im Vaterhaus gewohnt. Und zu irgendeinem Zeitpunkt hat Gott gesagt, wir wollen Engel machen. Und der Herr Jesus hat diese unsichtbare Welt geschaffen. Ein idealer Welt. Die belebt ist von Engeln, von Geistern, die an sich keinen Körper haben. On ist ordebialny przez Aniole, die nie mają Duszy. Diese Welt ist völlig real, obwohl es da keine Materie gibt. Und diese Welt war schon da, als Gott die sichtbare Welt geschaffen hat. Und diesen Welt hat er gemacht. Und diese Welt war schon da, bis zu ihm ist ein idealer Welt. Wir haben in Hiob 38 gehört, dass die Engel die Söhne Gottes gejauchzt haben. Wir haben in gejauchzt haben. Wir haben in dass die Engel die Söhne Gottes gejauchzt haben. Als der Herr Jesus sprach und das Weltall entstand und in diesem großen Weltall auch die kleine Erde, die Gott auserwählt hat für den Menschen, die er den Menschen zubereitet hat, auf der sein Sohn gestorben ist. In dem Sinn ist die Erde das wichtigste Objekt im Weltall. Diese unsichtbare Welt können wir nicht mit unseren Augen sehen. aber sie ist da. Aber sie ist da! Aber sie ist da! Ich möchte euch ein kleines, eine kleine Begebenheit erzählen. Ich möchte euch ein kleines, Ja chciałbym Wam eine kleine Geschichte erzählen. Vor vielen Jahrzehnten hatte eine Mutter in ihrem schlafzimmer. Ihre kleine Tochter schlief schon in dem Kinderbett seit einigen Stunden. Und die Mutter war gerade eingeschlafen, da ruft die Kleine. Mama, siehst du den Engel da? Die Mutter wird wach und sagt, hier ist kein Engel. Du hast geträumt, schlaf weiter. Es war eine kurze Zeit ganz still. Dann sagt das kleine Mädchen. Mama, der Engel steht doch in der Tür. Er ist ganz schön. Und er guckt mich an. Und er winkt mir. Darf ich zu ihm gehen? Die Mutter steht auf und nimmt das Kind auf ihre Arme. Sie denkt, wenn sie das Nachbarzimmer sieht, wird sie wieder ruhig werden. Und sie geht mit dem kleinen Kind durch die Türe. In dem Moment bricht ein großer Kamin zusammen in dem Schlafzimmer. Und die ganzen Steine fallen auf das Kinderbett. Da wusste die Mutter, Gott hat einen Engel geschickt, um das Mädchen zu bewahren. Und dann wusste die Mutter, dass sie das Kind aus dem Engel hat, um sie zu retten zu retten. Es gibt diese reale Welt. Der Welt ist real. Auch wenn Gott das in dieser Zeit etwas zurückhält. Er wünscht, dass wir aus Glauben leben und nicht aus Schauen. Aber die Bibel ist voll von Hinweisen von dieser unsichtbaren Welt. Aber die Bibel ist voll von Hinweisen von dieser unsichtbaren Welt. Wir lesen Kolosser 1, Vers 16. Wir lesen Kolosser 1, Vers 16. Wir lesen Kolosser 1, Vers 16. Wiel lesen Kolosser 1, Vers 16. Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, co w niebie i to co na ziemi, to co widzialne i co niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Und Offenbarung 7, Vers 11 5. Mose 10, Vers 14 5. Mose 10, Vers 14 Und die Bundeslade war der Thron Gottes. Und in der unsichtbaren Welt gibt es auch einen Thron, wo Gott regiert. Und Offenbarung 7 sagt uns, dass alle Engel um den Thron herum waren. Und in 5. Mose 10 haben wir gelesen, dass die Erde und alles Gott gehört. Aber auch der Himmel gehört Gott. Die Engel wohnen um den Thron herum. Unter den Engeln gibt es unterschiedliche Ränge. Unter den Thronen gibt es unterschiedliche Ränge. Unter den Thronen gibt es unterschiedliche Ränge. Es gibt Cherubim. Cherubim sind Ausführende der Gerichte Gottes. Cherubim waren auch den Garten Eden mit einem Schwert nach dem Sündenfall verschlossen. Cherubim waren auch den Vorhängen im Heiligtum und dem Allerheiligsten. Cherubim waren auch den Vorhängen im Heiligtum und dem Allerheiligsten. Cherubim wachten über der Bundeslade. Cherubim waren ganz hohe Engel. Cherubim waren sehr hohe Engel. Und dann gibt es Cherubim Seraphim. Seraphim sind Engel, die beschrieben werden mit 6 Flügeln. Sie sind um Gott herum. Sie behütten diesen Raum. Sie sind behüter der Heiligkeit Gottes. Gott ist so heilig, dass sie mit zwei Flügeln ihre Augen bedecken. Sie schauen Gott nicht an. Mit zwei Flügeln bedecken sie ihre Füße. Obwohl sie heilige Engel sind, bedecken sie doch ihre Füße, die von ihren Wegen sprechen. Und mit zwei Flügeln fliegen sie. Und sie rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrschare. Es gibt einen ganz großen Engel, das ist der Erzengel Michael. Er hat ganz große Macht. Wenn er etwas sagt, ist das eine ganz laute Stimme. Wenn der Herr Jesus kommt zur Entrückung, wird er mit der Stimme eines Erzengels sprechen. Mit einer ganz lauten Stimme, die man überall hört. Bei den Engeln ist der Engel Gabriel. Gabriel ist der Engel, der immer vor Gott steht. Wenn Gott einen persönlichen Botschafter braucht, sagt er, Gabriel komm mal her. Und dann schickt er ihn zu Daniel und sagt dem Daniel, was alles passiert auf der Erde bis zum Ende. Oder er schickt diesen Engel zu Zacharias im Tempel und sagt, du wirst einen Sohn bekommen, Johannes den Täufer. Oder Gabriel wird gesandt zur Maria. Und Gabriel soll sagen, du wirst einen Sohn bekommen. Und dein Sohn wird Sohn Gottes genannt werden. Das ist Gabriel. Und dann sind da viele, viele Engel mehr. Wir könnten jetzt eine ganze Stunde über Engel sprechen. Es ist ein sehr interessantes Thema. Aber es sind nur Diener. Und wir Menschen, die wir sündig waren. Die wir gläubig geworden sind. Wir sind durch den Herrn Jesus über die Engel erhoben worden. Wir sind durch den Herrn Jesus über die Engel erhoben worden. Wenn wir demnächst im Himmel sind, stehen wir vorne, vor den Engeln um den Tron. Wir wollen einfach an ein paar Begebenheiten zusammen denken. Wir wollen wir von der Erde aus die Grenze zu diesem Unsichtbaren sehen. Wir lesen 1. Mose 18. Wir lesen 1. Mose 18. Wir lesen 1. Mose 18. Vers 13 I wiersz I Częst Potem Pan ukazał na Sian I wiersz II I podniósł swe oczy I zobaczył, że naprzeciwko siebie Stanęli trzej mężczyźni I ujrzał i podbiegł Od wejścia do namiotu Na ich spotkanie i schłonił się do ziemi I powiedział Mój Panie, jeśli znalazłem teraz własną W Twoich oczach Nie omijaj proszę sługi swego Lot Wybrał Krainy Abraham Mieszkał W górach Bóg cieszył się Z wyboru Abrahama I nagle przychodzi Pan z dwoma aniołami do niego I dę слова Do wyboru A myśli Dzień differenziali A myśli Dzień Dzień das sind keine normalen Männer. Und er geht zu den Mittleren und sagt, Herr, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, er merkt, der Mittlere ist Gott. Die Bibel sagt, man kann Gott nicht sehen und leben. Gott ist ein Geist. Und das können wir nicht ansehen und nicht erfassen. Aber wenn Gott sich uns offenbaren will und eine Gestalt annimmt, dann kann man sehen, dann kann man etwas von Gott sehen. Und dann waren da zwei Engel, die auch eine Gestalt angenommen haben. Und Abraham hat mit ihnen gesprochen und hat sie zum Essen eingeladen. Und sie haben das angenommen. Und sie haben das angenommen. Das Tier musste erst noch geschlachtet werden. Und sie mussten jetzt noch einstellen. Heute Nachmittag, wie das Würstchenbraten anfing, war alles bereit. Und dann hat Gott mit den beiden Engeln gegessen. Und Abraham hat da gestanden und hat sie bedient. Und nach dem Essen sind die beiden Engel nach Sodom gegangen. Und dann, die Engelowie z Panem poszli nach Sodom. Sie waren es, die am nächsten Morgen Sodom umgekehrt haben. Und Gott hat an dem Berchand mit Abraham gesprochen. Und dann ist Gott wieder in die unsichtbare Welt gegangen. Und dann ist Gott wieder in die unsichtbare Welt gegangen. Wir lesen erst in Mose 28, Vers 12 und 17. Wir lesen erst in Mose 28, Vers 12 und 17. Wir lesen erst in Mose 28, Vers 12. Jakob ist auf der Flucht vor seinem Bruder Esau. Jakob ist drodze Kupieczki przed swoim Bratem. Ja, den Schebich behandelt. Aber Gott sieht, dass Jakob an dem Erstgeburtsrecht liegt. Dass Jakob einen Segen haben wollte von Gott. Und wie Jakob unterwegs auf der Flucht schläft und sein Kopf auf einem Stein legt. Jak Jakob był w drodze Kupieczki. Und schraubt er. Und er sieht eine Leiter bis in den Himmel. Und er sieht auf dieser Leiter Engel rauf und runter gehen. Die Engel sind dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derart Willen, die die Seligkeit ererven sollen. Und wenn Jakob jetzt auch auf der Flucht ist. Und wenn Jakob jetzt auch auf der Flucht ist. Gott wird ihn nicht verlassen. Die Engel werden ihn begleiten. Auch wenn Jakob sie nicht sieht. Und es wird später mal eine Zeit kommen, hat der Herr Jesus gesagt. Da wird das immer so sein, dass Engel auf- und niedersteigen. Dann wird das aufgehoben, dass die Menschen die Engel nicht mehr sehen können. Wie der Jakob aufwacht, hat er große Furcht. Er hat wahrscheinlich Herzklopfen gehabt. Er hat gesagt, ich muss hier angekommen sein, wo das Haus Gottes ist. Er hat diesen Ort Bethel genannt. Und dann hat er gesagt, dies ist die Pforte des Himmels. Er hat gedacht, hier bin ich an einem Ort, wo es in die unsichtbare Welt hineingeht. Und wo sie aus der unsichtbaren Welt zu uns kommen können. Dieser Ort ist nicht nur da in der Wüste, auch der Flucht. Dieser Ort ist auch hier im Raum. Der Himmel ist nicht weit weg. Der Himmel ist mitten unter uns. Wir können ihn nur nicht sehen. Wir können ihn nur nicht sehen. Aber auch in diesem Raum können Engel sein. Wenn wir morgen hier in diesem Raum das Brot brechen. Aber wenn wir morgen hier in diesem Raum das Brot brechen. Dann sind ganz viele Engel hier. Da ist natürlich auch der Herr Jesus hier. Und die Engel schauen dann zu, was wir machen. Wo die Engel standen. Das sind keine Märchen. Das ist, was wir ruhig lernen sollen. Wir lesen in 2. Mose 24, Vers 9-11. 2. Mose 24, Vers 9-11. 2. Mose 24, Vers 9-11. Sie waren am Horeb. Gott hatte ihnen die 10 Gebote gegeben. Und Gott sagt zu Mose, komm mal den Berg hoch zu mir. Und Gott sagt, bring Nadab und Abihu mit. Und nimm auch 70 Älteste mit. Beantwortliche Männer. Und auch Aaron. Und da kamen die 74 Männer den Berg hoch. Und auf einmal sehen sie eine Ebene. Und diese Ebene war so wie von Saphirplatten. Und diese Ebene war so wie von Saphirplatten. Und auf der Ebene sahen sie Gott. Und auf der Ebene sahen sie Gott. Und sie waren nicht erschrocken. Und sie waren nicht erschrocken. Und sie schauten ihn und haben eine Pause gemacht. Und sie haben vor Gott gegessen und getrunken. Und sie haben vor Gott gegessen und getrunken. Was war das für ein Augenblick. Wie war das für ein Augenblick. Und Gott war aus der unsichtbaren Welt in die Sichtbare gekommen. Sie sollen Vertrauen zu ihm haben. Und dann sagt Gott zu Mose, komm du weiter zu mir herab. Aber ich erzähle es euch. Da ist Mose mit dem Volk in der Wüste. Und Bilian ist auf dem Weg das Volk zu verfluchen. Und er ist mit seinem Esel unterwegs. Und auf einmal drückt sich der Esel, weil er den Engel Jehovas mit gezücktem Schwert sieht. Entschuldigung, das ist nicht Joshua 5, sondern 4 Mose 22. Der Esel will nicht weiter gehen. Er sieht Gott. Bilian nicht. Dann schlägt der Bilian den Esel. Und dann sagt der Esel, warum schlägst du mich? Eine Schlange hat mal gebetet, aber wie ein Esel. Und Bilian ist erzürnt. Und dann öffnet Gott ihm die Augen. Und auf einmal sieht er den Engel des Herrn da stehen. Das ist der Herr Jesus im Alten Testament, der kommt, um Menschen zu helfen. Das ist der Herr Jesus im Alten Testament, der kommt, um Menschen zu helfen. Jetzt erzähle ich euch von Joshua 5. Jetzt erzähle ich euch von Joshua 5. Moses ist gestorben und Joshua soll das Volk in das Land hineinführen. Und sie gehen auf Jericho zu. Und sie empfinden, das wird auch Kampf geben. Auf einmal sieht Joshua einen Mann. Er sieht sofort, es ist ein besonderer Mann. Er sagt, bist du für uns oder für unsere Feinde? Der Mann sagt nein, sondern als der Oberste der Herrscher des Herrn bin ich gekommen. Joshua musste seine Schuhe ausziehen. So wie Mose, als er Gott in den Dornstrauch gesehen hat. Der Ort war heilig. Er stand vor dem Herrn Jesus, der gekommen war, um sie ins Land zu führen. Und er hat sie in den Dornstrauch zu führen. Ich erinnere euch an 2. Könige 11. Ich erinnere euch an 2. Könige 11. Ich erinnere euch an 2. Könige 11. Er hat seinen Nachfolger Elisa mitgenommen. Sie sind über den Jordan gegangen. Sie führen eine Unterhaltung miteinander. Auf einmal rauscht es. Die beiden Männer gucken. Und es kommt eine Kutsche aus dem Himmel. Es sah aus, als wären die Pferde von Feuer. Die beiden Männer kommen etwas auseinander. Die Kutsche fährt dazwischen und hält an. Der Elias steigt in die Kutsche ein. Er zieht seinen Mantel aus und wirft ihn raus. Und die Pferde ziehen an und fahren auf in den Himmel. Man sollte meinen, das wäre ein Märchen. Aber es ist Gottes Wort. Es ist genau so passiert. Es gibt diese unsichtbare Welt. Und der Elija brauchte nicht zu sterben. Gott hat ihn so zu sich in den Himmel genommen. Der Elisa, der dann weiter Prophet für Gott war. Er wurde von dem König von Syrien verfolgt. Eines Tages hat der König seine Soldaten geschickt. Eines Tages hat er seine Soldaten gewonnen. Sie sollten den Propheten Elisa gefangen nehmen. Er musste ihn holen. Und sein Knabe steht morgens früh auf und guckt heraus. Und er sieht die ganzen Soldaten um den Berg herum stehen. Und er sieht, dass er in den Berg herum war. Und er sieht, dass er in den Berg herum war. Voller Angst sagt er, mein Herr, was soll geschehen? Da betet Elisa. Er sagt, Herr, öffne ihm die Augen. Er sagt, Herr, öffne ihm die Augen. Lies mal 2. Könige 6, Vers 17. Lies mal 2. Könige 6, Vers 17. Lies mal 2. Könige 6, Vers 17. Das ist der Himmel. Er ist nicht weit weg. Der war hier rings um Elisa. Jetzt sah er diese mächtigen Scharen, diese Engel. Mit ihrem Wagen. Die Er ist nicht unbekannt. Es soll uns nicht unbekannt sein, dass es diesen Himmel der Engel gibt. Ich könnte fortfahren euch viele Geschichten zu erzählen aus der Bibel. Auch im Neuen Testament. Da sind Apostelgeschichte 10 der frommer Hauptmann Cornelius. Nachmittags um 3 Uhr steht er da und betet. Und plötzlich steht ein Engel bei ihm. Und er hat sofort gesehen, das war kein normaler Mensch. Der Engel hatte ein ganz glänzendes Gewand an. Und der Engel hat zu ihm von Petrus gesprochen. Und Cornelius ist mit seinen Leuten zu Petrus gegangen. Nein, Petrus ist gekommen zu ihm. Wtedy Piotr przyszedł do Cornelius. Cornelius hat eine Gesandtschaft hingeschickt. Er hat gesagt, komm zu uns. Cornelius wysłał swoich Poslantów und przyprowadził Piotra bei sich. Ich könnte euch an Petrus erinnern im Gefängnis. Und Herodes wollte ihn töten, wie er Jakobus getötet hat. Petrus lag in Ketten gefangen. Und Piotr był skutty łączuchami. Siedział im Gefängnis. 16 Soldaten bewachten ihn. Petrus war ganz ruhig. Aber Piotr war ganz ruhig. Er schlief sogar. Er schlief sogar. Er schlief sogar. Dann weckt ihn einer. Und dann weckt ihn einer. Und Petrus wird wach? Piotr wstaje. Und da steht ein Engel. Und da steht ein Engel. Die Ketten fahren ab. Und Zuchy spadają z jego roms. Und der Engel sagt, mach dich schnell fertig. Und der Engel sagt, komm mit. Und die Türen gehen von alleine auf. Und die Wächter sind in tiefen Schlaf. Und der Engel geht mit ihm raus nach Jerusalem auf die lange Straße. Und der Engel geht mit ihm raus nach Jerusalem auf die lange Straße. Und Petrus überlegt, träum ich oder bin ich wach? Und dann guckt er und der Engel ist weg. Und er ist wieder in die unsichtbare Welt gegangen. Und er ist wieder in die unsichtbare Welt gegangen. Und Petrus ist zu dem Versammeltem im Haus der Maria gegangen. Und Piotr ist wieder in die unsichtbare Welt gegangen. Ich erinner euch als letztes an den Apostel Paulus in Apostelgeschichte 23. Er war sehr traurig. Und er war im Gefängnis. Und er war einmal durch das Nachts hell. Und er war im Gefängnis. Und er war im Gefängnis. Und wie der Paulus guckt, da steht der Herr Jesus bei ihm. Und wie der von mir in Jerusalem bezeugt sie sich auch in Rom bezeugt sie sich auch in Rom bezeugt. Und wie der von mir in Jerusalem bezeugt sie sich auch in Rom bezeugt. Gott hat uns nicht viel über diese Welt erzählt. Über diese Welt der Engel erzählt. Sie ist unsichtbar. Was wir wissen ist, dass Engel nicht schlafen müssen. Dass sie gewaltig an Kraft sind. Dass sie nicht heiraten und verheiratet werden. Dass sie Diener Gottes sind. Später werden wir diese Welt alles sehr gut kennenlernen. Diese Welt gibt es. Und von da aus hat auch Gott einem Engel gesagt, geht zu dem kleinen Mädchen. Und das Mädchen durfte ihn sehen und wurde gerettet. Bevor Gott die sichtbare, die materielle Welt geschaffen hat, hat es in dieser Welt der Engel ein großes Unglück gegeben. Es gab da einen ganz hohen Engel. Einen Seraphim. Einen Seraphim. Einen Seraphim. Er war ein Glanzstern. Lateinisch Lucifer. Und in seinem Herzen wollte er auf einmal so sein, wie Gott ist. Er wollte über alles bestimmen können. Er wollte über alles bestimmen können. Und sich erheben. Und in dem Moment hat Gott ihn gestürzt. Und das ist der Gesalbte Scherub, der wiederzahter Gottes geworden. Und in diesem Moment hat er der Scherub, der wiederzahter Gottes geworden. Der auch die Schlange benutzt hat, um den Menschen in Sünde zu verbringen. Das war ein großes Unglück. Und wie Satan diesen Aufstand machte. gab es eine große Menge von Engeln, die sich auf die Seite Satans gestellt haben. Und wie Gott Satan stürzte. Hat er auch diese Engel gestürzt. Diese Engel sind die Dämonen in der Bibel. Als dieses Unglück scha. Hat Gott einen Feuersee zubereitet. Der einmal für Satan und seine Dämonen gedacht ist. Gott hat sie noch nicht aus dem Himmel geworfen. Sie sind noch im Himmel. Sie sind noch im Himmel. Aber sie werden fallen. Aber sie werden fallen. Stufenweise. Jetzt sind sie schon keine Engel mehr. Während der Gerichte werden sie aus dem Himmel geworfen. Vor dem tausendjährigen Reich werden sie gebunden. Und nach dem tausendjährigen Reich werden sie gerichtet und in die Hölle geworfen. Und nach dem tausendjährigen Reich werden sie gerichtet und in die Hölle geworfen. Und nach dem tausendjährigen Reich werden sie gerichtet und in die Hölle geworfen. Und nach dem, dass sie gerichtet und in die Hölle geworfen werden sie gerichtet und in die Hölle geworfen. Und in die Hölle geworfen werden sie gerichtet und in die Hölle geworfen. Hier hat Gabriel den Auftrag Daniel zu informieren über das, was in der Zukunft passiert. Und er macht sich im Himmel auf. Er macht sich auf um zu Daniel zu kommen. Und wie er endlich bei Daniel ist? Und dann sagt er, Daniel, wie du vor drei Wochen gebetet hast, habe ich mich aufgemacht. Und er sagt, Daniel, wie du mir vor drei Wochen gebetet hast, habe ich mich aufgemacht. Aber dieser Riescioprkые, Peri, ist aufgemacht. Wir haben in Kolosser 1 gelesen, dass es im Himmel fürstentümer gibt. Wir haben wir von Kolosser 1 gelesen, dass es im Himmel fürstentümer gibt. Wir haben, dass wir das in Kolosser 1 gelesen sind, dass es im Himmel fürstentümer gibt. Und einen hat er geschickt und hat gesagt, lass den Gabriel nicht zur Erde. Das hat drei Wochen lang gedauert. Und da hat Gott den Erzengel Michael geschickt, den großen Engel für Israel und hat gesagt, hilf dem Gabriel gegen den Fürsten von Persien. Das ist im Himmel passiert. Da gibt es diese Kräfte. Davon spricht auch Epheser 6. In Joshua 3 wird uns erzählt, dass man den Hohen Priester Joshua da im Himmel sieht. Den Hohen Priester Joshua kam auf Zacharia. In Zacharia 3, Vers 1. Du kannst lesen. Zacharia 3, Vers 1. Zacharia 3, Vers 1. Zacharia 3, Vers 1. Zacharia 3, Vers 1. Da wird uns etwas über Mose erzählen, wie er gestorben war. Der Satan im Himmel wollte, dass der Leib von Mose den Kindern Israel gegeben wurde. Er fragte, dass das Leib von Mose den Kindern Israel wurde. Damit sie den Toten Mose verehrten und nicht den lebendigen Gott. Aber sie Cześć verdattet das Leib von Mose, aber nicht verdattet das Leib von Mose. Und Satan kämpft um diesen Leib. Und Michael, der Erzengel, sagt zu Satan, der Herr schelte dich. Aber er wagt nichts gegen den Satan zu sagen. Das geschieht alles in dem Himmel der Engel. Und das ist durchaus nicht weit weg. Das ist nur für uns unsichtbar. Das ist in einem Zustand, wo es keinen Raum und keine Materie gibt. Aber aus der die Engel kommen können und zurückgehen können. Der Epheserbrief nennt diese Orte die himmlischen Orte. Und der Epheserbrief spricht davon, dass da die guten Engel sind wie auch die anderen. In Epheser 2 steht, dass in diesen himmlischen Orte den Engeln die Weisheit Gottes kundgetan wird durch die Versammlung. Morgen, wenn wir Gott dienen hier mit Liedern und gebeten und dem Brechen des Brotes, dann sehen die Engel das und staunen. Die Engel können nicht singen. Das sagt die Bibel nie, dass sie singen. Es sind Geister, die reden. Aber auf der Erde sehen sie Menschen, die einen Geist und eine Seele haben, die tot waren und jetzt lebendig sind. Und wenn die singen und Gott als ihren Vater anbeten, und wenn sie die Liebe des Herrn Jesus zu diesen Menschen sehen, dann staunen sie. Epheser 6 sagt uns, dass unser Kampf nicht wieder Fleisch und Blut ist, sondern gegen diese bösen Mächte in den himmlischen Orten. Epheser 6 sagt uns, dass unser Kampf nicht wieder Fleisch und Blut ist, sondern gegen diese Mächte in den himmlischen Orten. Epheser 6,12 Epheser 6,12 Das ist genau in der Mitte der sieben Jahre. Nach dreieinhalb Jahren. Der Erzengel Michael den Auftrag durch den Satan aus dem Himmel herauszuwerfen. Und dann steht Michael auf. Und seine ganzen Engel stehen auf. Und auf der anderen Seite steht Satan mit seinen ganzen Dämonen. Und dann gibt es einen Kampf im Himmel. Und ich erwähne jetzt schon, weil der Herr Jesus gestorben ist, ist der Vorhang zerrissen zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten. Die Vorbereitungen zu diesem Kampf werden wir mitsehen. Und dann kämpft der Erzengel Michael gegen den Widersacher Gottes. Und der Widersacher hat auch eine furchtbare Kraft. Der Erzengel sagt nicht einfach verschwinde. Wie der Herr Jesus ein Wort sprach und das Weltall schuf. Und dann wird der Satan mit seinen Dämonen aus dem Himmel geworfen. Und dann wird der Satan mit seinen Dämonen aus dem Himmel geworfen. Die Folgen von Satans wirken. Und dann wird der Schatten mit seinen Dämonen aus dem Himmel geworfen. Und dann wird der Schatten mit seinen Dämonen aus dem Himmel geworfen. Dann richtet Gott da den Tron auf, um die Toten zu richten. Und dann wird der Schatten mit seinen Dämonen aus dem Himmel geworfen. Noch ist Satan im Himmel. Jeschter Schatten ist in der Himmel. Aus Hiob 1 und 2 wissen wir, dass wie die Engel um den Tron Gottes im Himmel sich versameln. Und Gott hat auch in der Unsichtbaren Schöpfung einen Tron. Und Gott hat auch in der Unsichtbaren Schöpfung einen Tron. Da kommt auch Satan zu dem Tron. Wir lesen Hiob 15 vers 15. Wir lesen Hiob 15 vers 15. Und Gott hat auch in der Schöpfung einen Tron. Gott sagt, dass er die Heiligen nicht vertraut hat. Er nicht vertraut hat, Herr Schäpfung. Selbst Satan, dieser gesell, salbte Scherub, ist gefallen. Również ten namarszczony Herub, on upa. Gott vertraut auf die Engel, die ihm treu geblieben sind. Bóg upa tym, aniollom, którzy pozostań wierze. Und Gott, unterherr Jesus, vertraut in seinen. Ich kenne die Meinen, und ich bin gekannt von den Meinen. Aber hier haben wir gelesen, und die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Und wir verstehen das. Da war der Aufstand Satan. Und deshalb können wir auch gut verstehen, dass Himmel und Erde vergehen werden. Und deswegen können wir auch gut verstehen, dass Himmel und Erde vergehen werden. Die Erde trägt folgend des Sündenfalls. Der Himmel, der Wohloch der Engel, hat Erinnerung an den Sündenfall. Und das Niebo nosi skutki, die Upadku Schatan. Deshalb werden diese Dinge mit gewaltigem Geräusch vergehen. Denn Jesus wird eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen. Denn Bóg uczyni nowe Niebo und nowe Ziemi. Diesen unsichtbaren Himmel, den Wohloch der Engel, können wir den zweiten Himmel nennen. Das erste Himmel war verbunden mit der materiellen Schöpfung. Das erste Himmel ist verbunden mit der materiellen Schöpfung. Der zweite Himmel mit der nichtziehbaren Schöpfung. Der zweite Himmel ist dem niematerialen Schöpfung. Und jetzt gleich werden wir uns mit dem dritten Himmel beschäftigen. Und wir werden sehen, was die Bibel darüber sagt. Und wir werden sehen, was die Bibel darüber sagt. Vielen Dank. Vielen Dank.